So unpopulär der Chef der Europäischen Zentralbank, EZB, in Deutschland sein mag, so umstritten sein Kurs gerade in konservativen Kreisen ist, ohne Draghi würde die deutsche Kanzlerin kaum einem so deutlichen Wahlsieg am kommenden Sonntag entgegensehen, wie ihn die Meinungsforscher vorhersagen. Denn Deutschland erlebt einen fulminanten Aufschwung, eine Superkonjunktur, wie sie selten vorkommt. Und diese außergewöhnliche Wirtschaftslage hat inzwischen auch das Bewusstsein der Menschen erreicht. Als Merkel 2005 ins Amt kam, war Deutschland der dunkelste Fleck auf der emotionalen Landkarte Europas. Große Teile der Bevölkerung wenden damals das Land auf dem Weg in den unaufhaltsamen Abstieg. Die harten Fakten schienen die Stimmung zu belegen. Die Arbeitslosenzahlen lagen scheinbar unverrückbar um die 5 Millionen. Der Staatshaushalt kam nicht aus den roten Zahlen, die Schulden stiegen immer weiter.